So und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Smash Beim letzten Mal haben wir zweimal verloren, wollen wir nur zweiter und diesmal versuche ich erster zu werden Mh, nur das Problem, wir finden keine offene Lobby, doch da bei FTL So, da ist schon der Joki der wird gleich mit Mekam fahren und der KassiafKarl337 ist auch dazugekommen und er ist beginnt So, es sind zwar jetzt nicht so viele Gegner dabei, aber was soll's Und schon wieder kann ich einen nicht sehen, na super Beziehungsweise wird zu langsam gespawnt, wie auch immer Ähm Jetzt hab ich einfach mal so direkt 100 noch was noch was Das war knapp mal wieder ne Meph wo es einfach nix gibt Ich glaube die anderen sind da auf dem anderen Schiff Schiff Ach, dann ist die jetzt und Schmeiß einfach rüber und stütz mich in den Tod Mein Gott, ich will dich jetzt schlecht Na, ich versuch mal darüber zu gehen Huuu, war das knapp Ja, ich hab mir einen noch hintergekickt, juhu Und wo ist der andere Der KassiafKarl Da ist der ja Das muss doch irgendein Scheiß-Eitem irgendwo rumliegen, ey Da, ein Loch Pogboll Oh, hast du nicht getroffen, tut mir leid Da haben wir nur ne Scheiß-Tür, die schmeißen wir direkt weg Ok, ähm, da gibts nix Aua Genau Scheiß-Trick, Mann Das wohl sogar letzte Naja, da gehen wir direkt in die nächste Runde Ok So, die nächste Runde findet in Hmmmm Ja, wo könnt ihr die stattfinden? Hmm, Oculus findet in die nächste Runde statt So Firedrive und IMX-Eis-Skills ist dabei Und der Paar Äh, selbst war nicht so viel Rummel Und die Pussy 44 ist dabei So, es gibt jetzt nen epischen Kampf Aha Juhu, der eine ist schon mal weg Hu, war das knapp Äh, so Ich hab 55 und das muss weniger werden Da haben wir schon was So, einfach da hochschmeißen Willts schon irgendwer reinlaufen Huch, was war denn das? Die Pussy 44 war das Ok Wurde von Firedrive gekillt Firedrive hatte auch einen weniger Hmmmm Ich würd ja gerne in die Library reingehen Aber ich spielts schon wo an der ist rede Hier Ah, ich hoffe nur im Kreis rum Aber egal Dafür wird ich mit 10% weniger belohnt Äh, komm schon Irgendwo muss doch jemand sein Nein, ich abonniere nix blau man Ok, da haben wir schon wieder das nächste Ding Ich schmeiß mir einfach das Zeug dahin Seht bloß, ich hab nicht getroffen Ne Ok, da, ne, schau mal weg Ah, ne Diese Runde schaff ich ja gar nix, ey Das gibt's doch nicht Ich hab zwar schon einen Kill Ja WTF Gen- Au Ich treffe nur, der fliegt einfach nicht weg oder was Und sowas liebe ich hier Ja Ja, dann Yes Yeah, ich hab einen gekillt, ich hab einen gekillt Da 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 Ich hab einen getötet Aua Und der nächste ist weg Juhu 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 Okay, wo ist der andere Wo ist der andere hin? Juhu 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 B Juhu 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 Da hinten ist wahrscheinlich die andere Map Aaaaaaaah Ach, wo versteckt er sich denn? Ach, da oben ist er. Da braucht er sich nichts zu verstecken. Nein! 2000! 3000, 4000, 5000... My god! So viel Prozent hat er noch nicht gehabt, ey. Ach, schade. Hm, jetzt muss ich irgendwas kriegen, damit ich ihn runterschapsen kann. Das muss irgendwo gewesen sein, genau da. Irgendwo, glaube ich. Wo ist denn der Spocko jetzt schon wieder hin? Der war doch eben unten gewesen, oder? Ach, da. Ja. Dann guck ich viel nachher, aber warum. Ähm... Ja, 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 ja! Hat aber nicht viel gebracht. Okay. Da darf man ja auf jeden Fall schon mal hohe Prozentzahl. So, und da haben wir auch schon einen Bogen. Ich bin der Sieger, ich bin der Sieger, ich bin der Sieger. Und dann, wie zum nächsten Mal. Dann, wie zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben, da, wenn euch gefallen und vielleicht ein Abo. Und, äh, wenn Sachen anstehen oder, keine Ahnung, wenn, äh, euch gefallen und, äh, was zu sagen haben, dann einfach in die Kommentare schreiben. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski.